Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Jedi-Nerds, der Star Wars, diesmal habe ich es richtig, Podcast-Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist der geschätzte Nerdizist Michael. Ich grüße dich, hallihallo. Wir wollen über die Folgen, jetzt muss ich gerade mal auf meinen Spickzettel gucken, Chapter 12 und 13 beziehungsweise Folge 4 und 5 vom Mandalorian reden. Habe ich richtig mitgezählt? Genau, wir haben eine Auftaktfolge gemacht, dann haben wir zwei und drei besprochen und heute besprechen wir 4 und 5 beziehungsweise Chapter 12 und Chapter 13. Und für alle, die heute wieder erwarten, neu da sind, Michael, ganz schnell, wo können sie denn überall mit uns Kontakt treten und was ist denn neu bei uns? Was ist neu bei uns? Jetzt müsstet ihr alles wissen, wer dazu gesehen hat, egal. Nerdizismus.de findet ihr alles, was ihr über uns wissen müsst, denn wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer. Wir haben Star Trek, wir haben Star Wars, wir haben Westworld, wir haben Walking Dead und so weiter und so fort. Alles auf diese Adresse mit unseren sämtlichen Social Media Kanälen, sowohl Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Wer uns kontaktieren möchte, gerne immer an info at nerdizismus.de, an unsere WhatsApp-Adresse 01525-964-7709 oder mittlerweile, wo wir uns auch drüber freuen, wo wir zum Beispiel jetzt gerade auch drüber chatten, unseren Discord und zwar unter nerdizismus.de slash Discord. Ganz genau. Und dieser Discord kann eigentlich dann hoffentlich so unser zentraler Anlaufpunkt sein. Ich weiß, einige von euch sind schon da, aber es dürfen natürlich immer noch viel, viel mehr werden. Also macht den Discord-Channel kräftig voll, da freuen wir uns auch, denn ich hatte es im letzten Stream von Star Trek Discovery schon mal als Idee angekündigt und ich glaube, dass wir wirklich mal machen, auch für The Mandalorian können wir mal gucken, dass wir vielleicht mal so eine Art Call-In-Show machen am Ende. Das heißt, wenn die Folgen dann rum sind, dass wir dann auch mit euch in einen Talk dann reinholen. Ich habe gesehen, man kann das dann so steuern, dass man ja eure Kamera nicht anschalten muss und so weiter. Also praktisch so wie Domia nur für Star Wars. Und wir machen das dann auch als Domia nur für Star Trek. Und wohingegen ich ja bei Star Trek oder wir bei Star Trek letztens einen veritablen Shitstorm abbekommen haben. Also ich hatte meine Regenspaß am Samstagabend damit. Ist es ja bei Mandalorian ja inzwischen so, das wird immer besser. Heidewitzka, Heidewitzka. Und damit steigen wir jetzt auch schon mal völlig ein. Also alter Verwalter, Folge 12 war schon ein Knaller. Und Folge 13 hat dem Ganzen ja nochmal die Krone aufgesetzt. Jesus Christ, ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg. Genau so. Zwei in Weiß und zwei davon. Aber für unsere Hörer, die es nicht sehen. Ich halte jetzt ein altes Plastiklichtschwert aus den 90ern, das ich zu Episode 1 Zeiten bekommen habe, hoch. Das müsste dann Obi-Wan-Schwert sein vom Griff her, oder? Denke ich mal. Ich glaube, ja. Kann das sein? Ja, ich glaube. Ich habe noch so ein Darth Maul-Ding, aber da habe ich zu spät dran gedacht. Und das ist irgendwo in meiner Kabelkiste ganz unten verschollen und meine Tochter schläft schon. Ja, alles gut. Ja, bist du genauso begeistert wie ich von den beiden Folgen? Du, die erste Folge von den beiden, ja, war schön, war nett, kann man sich angucken. Aber bei der zweiten Folge, Mann, oh Mann. Das Intro, das Code Open bis zum Titlescreen, The Jedi Gänsehaut. Ja, absolut, absolut. Bevor wir also über diesen Elefanten im Raum sprechen, ja, komm, wir gehen mal ein bisschen der Reihe nach. Wir sind also, beziehungsweise wenn wir anfangen, müssen wir noch über eine Sache sprechen, die sich ja leider jetzt gestern, vorgestern ereignet hat. Denn David Prose ist im Alter von 85 Jahren verstorben. David Prose war ein englischer Schauspieler und Fitnesstrainer, der aufgrund seiner enormen körperlichen Statur, er war knapp an die zwei, etwas über zwei Meter groß, im Originalkostüm von Darth Vader steckte, nämlich in New Hope, in Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Und ja, er wurde natürlich dann synchronisiert von James Earl Jones im Original und als er dann endlich mal seinen Helm abnehmen durfte in Return of the Jedi, dann hat man ihn auch wieder nicht verwendet, sondern da hat man dann Sebastian Shaw reingesteckt, den man heute auch nicht mehr verwendet, weil man jetzt Hayden Christensen überall reinschneidet. Ja, und David Prose ist jetzt, wie gesagt, gestorben im Alter von 85 Jahren. Ja, jetzt kommen die Einschläge langsam näher bei unseren Star Wars Recken. Also Kenny Baker ist nicht mehr unter uns. Peter Mayhew ist gestorben. Carrie Fisher ist schon verstorben. Gut, Peter Cushing ist schon längst so. Harrison und Mark Hamill halten sich noch ganz gut. Ja, mein Han Solo, also Harrison Ford ist auch schon knapp 80, ne? Kann dann ganz schnell gehen. Ich meine, entweder hat man so ein bisschen das Gefühl, die Leute werden so kratzen an der 80, so gerade die 80, oder werden dann gleich mal 100. Aber dazwischen gibt es nicht so viel. Ja, doch schon Connery, der ist 90 geworden. Glaube ich. Aber ist ja auch schon an der 100. Ja, also das war so ein bisschen die traurige Nachricht im Star Wars Recken. Wobei, bei 85, also ganz ehrlich, wenn man heute einer sagt, 85, dann habe ich noch 45, na, habe ich noch 42 Jahre vor mir. Naja, wenn es, es könnte schlimmer sein, dann wüsstest du zumindest, dass du Covid überlebt hast. Und die Zombie-Apokalypse auch. Ja, also von daher, David Proz ist jetzt, wie schreibt der Chat hier, eins mit der Macht, ganz genau. Und er hat da also wirklich einen, ja, auf ewig sozusagen seinen Platz im Filmuniversum sicher. Ja, und damit also jetzt zur Folge 12 und 13. Ich habe mir mal die, in Anführungszeichen, Mühe gemacht und habe mal bei IMDb mal so geguckt, wie eigentlich The Mandalorian so grundsätzlich von den Ratings her abschneidet. Ja, weil du doch immer sagst, da kann man alles nicht so, so, wie soll ich sagen, das kann man alles nicht so genau nehmen, was da so ist. Aber man kann es ja immer in ein Verhältnis setzen. Also, The Mandalorian hat einen Durchschnittsscore von 8,7. Das ist also der Durchschnittsscore. Und wenn man sich so die zweite Staffel jetzt mal anschaut, dann ist es also in der Tat so, dass die fast alle weit über 8 sind, wenn nicht sogar teilweise also 9. Ja, das ist wirklich sensationell. Und es sind wirklich auch Zehntausende, 13, 14, 15 Tausende von Bewertungen. Und die letzte Folge, The Jedi, hat jetzt wirklich mit 9,6 mehr oder weniger eine perfekte Wertung abgeliefert. Und wenn man das natürlich jetzt mal vergleicht mit anderen Serien, die wir so besprechen, dann fehlen da schon so ungefähr 1 bis 1,5 Punkte in diesen Overall Ratings. Ja, sagen wir mal so, das ist vielleicht mehr so ein Stimmungsschnitt, würde ich sagen. Es gibt natürlich die Fanbases, die in die eine Richtung und in die andere Richtung tendieren. Auch bei den anderen Franchises, die wir besprechen, gibt es auch die Ecke, die das ganz groß feiert. Und wir sind dann eher die Verhalten, die da gegenüber sind. Aber allein vom Technischen, ich meine, wir versuchen es ja dann oft genug, auch wenn in unsere Emotionalität mit reinkommt, einigermaßen objektiv zu betrachten. Du? Einigermaßen vom Handwerk, vom Skript, von der Machart, wie gespielt wird. Auch wenn wir alle nicht hier im Film und Fernsehen dabei sind, außer vielleicht so ein gelegentlicher Livestream, hat das hier schon gefühlt deutlich mehr Hand und Fuß, was viele Elemente angeht. Und ich meine, man ist dem Franchise, ich glaube, das hier ist eins der Produkte, neben den animierten Serien, die dem Original-Franchise treuer nicht sein können und aus dem Spirit und dem Geist des Ganzen leben. Absolut, absolut. Trotzdem, was du, also nein, nicht trotzdem, was du gerade eben gesagt hast, stimmt, wir kommen natürlich nicht aus dem Film- und Fernseh-Business. Aber wie sage ich immer, ich muss kein Koch sein, um festzustellen, ob ein Essen versalzen ist. Und wenn ich mir einfach mal anschaue, dass die Mandalorian auf IMDb im Schnitt 10, 11, 12, 13.000 Bewertungen haben und sich daraus der Schnitt bildet und Discovery im Schnitt 1,5, also 1.500 Bewertungen hat, im Schnitt pro Folge. Ja. Das ist um den Faktor 10 weniger. Und es kommt beides im Streaming. Und Discovery kommt weltweit sogar auf Netflix, was meiner Meinung nach wesentlich verbreiteter ist als Disney+. Und die letzte Folge, Unification 3, hat 6,8. Also, das ist schon krass. Also, ich war wirklich baff, also nicht von den Durchschnittsratings, sondern ich war baff, dass die Anzahl an Ratings bei Mandalorian einfach um den Faktor 10 höher ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber das kann ich mir schon erklären, weil Star Wars war in den letzten Jahren, ich meine, spätestens seit Force Awakens war es ein präsentes Franchise. Nicht umsonst haben die Filme immer größere Einspielergebnisse gehabt, bevor jetzt so eine Pandemie ausgebrochen ist und bevor vielleicht so eine gewisse Müdigkeit bei den Kinozuschauern bei Solo eingesetzt hat. Aber an sich erreichst du mit Star Wars momentan, würde ich behaupten, viel mehr Mainstream als mit so einer Star Trek Serie. Gut, Star Wars war immer mehr Mainstream. Immer. Genau. Aber Star Trek, ich meine, die versuchen es ja bei Star Trek in eine andere Richtung, aber Star Trek ist halt geekiger und nerdiger. Eher geekiger, muss man sagen, weil da sind so die Technikfreaks dabei. Und da ist nicht so, wenn es jetzt nicht gerade ein Kirk ist, der allen irgendwie bekannt ist, sind es keine Figuren, die so ziehen. Und so ein Mando, der ist natürlich auch, guck mal hier in Düsseldorf rum, als Disney Plus gestartet ist oder aktuell, Plakate sind davon überall. Das ist präsent. Das wird auch vom Marketing her gepusht. Und Disney hat natürlich, Disney Plus, das ist das Zugpferd des Ganzen. Die pushen da alles rein und dementsprechend haben die auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und Star Trek hat kein Baby Yoda. Kein Grogu. Ja, kein Grogu. Wir haben ja noch einen anderen Podcast, wo wir über Star Trek reden. Trotzdem finde ich es natürlich immer wieder ganz interessant, das zu vergleichen. Ich habe auch gerade mal eben in den Chat rein einen Link gestellt, wo das, was du gerade angesprochen hast, ich auch mal etwas länger und ausführlicher in einem kleinen Kommentar, naja, so klein ist er gar nicht, ein bisschen umfangreicher geworden, mal dargelegt habe. Aber gut, das also soweit mal nur so eine reine Beobachtung, die mir einfach aufgefallen ist, mit der ich so nicht gerechnet hatte, dass die Durchschnittsratings vielleicht nicht ganz so gut ist, das okay, aber dass die Anzahl so viel geringer ist, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Gut, also. Hast du nicht deine Google Trends dir mal angeschaut? Doch, aber da ist natürlich auch The Mandalorian jetzt nicht noch auch weit weg von Game of Thrones und Haus des Geldes und so weiter. Also auch, das ist einfach, Sci-Fi ist halt Nische, muss man ganz ehrlich sagen. Gar nicht so groß, wie man denkt. Gut, ich habe beim letzten Mal gesagt, die zweite Staffel ist so ein bisschen Beat für Beat wie die erste Staffel. Und hast du recht gehabt. Habe ich auch ein bisschen recht gehabt, wobei mich dann Folge 12 doch ein bisschen Lügen strafft, so ein bisschen Lügen strafft, weil es eigentlich dann eher die Folge 13 wieder war. Aber dafür war Chapter 12 ja Beat für Beat in New Hope. Also das war ja praktisch die Flucht vom Todesstern, ja, inklusive Trench Run, beziehungsweise einer Mischung aus Trench Run und dem Entkommen von vier TIE Fightern, ja, und so weiter, inklusive Homing Beacon, also Checking Device und so weiter und so weiter. Ja, sogar der Reaktor, die Reaktorkonsole war die gleiche und jede Menge schöne kleine Insider-Gags. Trotzdem habe ich ein großes Problem, dass mir diese Folge ganz massiv aufs Auge gedrückt hat und wo ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge habe, dass es mir ein Teil dieser Serie verleidet, aber dazu komme ich gleich. Hast du das auch so empfunden, dass das so in New Hope Beat für Beat ist oder ist es dir erst nachträglich aufgefallen? Es ist mir in dem Fall aufgefallen, als du es mir gerade erzählt hast. So eins zu eins konnte ich es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, die Folge war für mich völlig in Ordnung und die war auch von der Visualität auch wieder grandios gemacht. Allerdings war es für mich deutlich eine Zwischen- und Übergangsfolge, die so ein bisschen Füllmaterial geliefert hat. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hoffen, dass jetzt nicht, dass in der nächsten Folge irgendwie vielleicht Ahsoka Tano direkt vorkommt, aber nee, sie haben es gemacht. Man erfährt in einer Folge was, geht auf den Weg in der nächsten Folge verloren und erst in der Folge danach bekommt man wirklich die Lösung des Ganzen. So ein bisschen in diesem Dreierplot, den die auch, glaube ich, in der Richtung, glaube ich, angekündigt haben. Deshalb hatte die Folge für mich nichts, nicht unbedingt viel Halbes und viel Ganzes, weil ich nicht den roten Faden so ganz da drin gesehen habe. Und die bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wo es klar geworden ist, wo die in dem Labor waren und gesehen haben, was in dem Labor passiert ist. Aber das war für mich nicht tragend genug für den Anlass dieser Folge. Okay, ja, ich gebe zu, es war vielleicht ein bisschen so, man brauchte halt jetzt so diese Base, die halt da jetzt irgendwie so ist und die dann so vergessen war und so. Okay, ja, okay, ich weiß, was du meinst, du meinst nur, dass die Herleitung ein bisschen konstruiert war. Ja, ja. Okay, ja, okay, gut, bin ich, bin ich bei dir. Da hat sich das in der Folge vier mit Bokatan und diesem imperialen Transportschiff ein bisschen organischer ins Ganze eingefügt. Ja, da hast du auch. Ja, vor allen Dingen, weil wir jetzt schon, wir haben letztes Mal gesagt gehabt, dass diese Staffel einen wunderbaren Flow hat mittlerweile, von einem zum nächsten. Und hier war es ein bisschen hakelig, hier war so eine Must-Have-Mission, die, wie du gerade schon gesagt hast, die sich nicht so ganz organisch in das Ganze eingefügt hat, die so ein bisschen gezwungen war, um jetzt nochmal einen Abstecher zum Imperium zu machen und zu schauen, was wird denn gerade da durchgeführt oder was haben die überhaupt vor, um so Titbits da rein zu werfen. Während man selber eigentlich mehr darauf fokussiert war, ja, wann treffen wir denn jetzt mal einen Jedi. Wobei natürlich auch die Folge zwölf fürs Star Wars Lore unglaublich bedeutend war, ja, wenn auch erst in den letzten fünf Minuten. Aber da wirklich also unglaublich bedeuten und wo wir gerade drüber sprechen, ist vielleicht noch so eine zweite Sache, wo ich ein potenzielles Problem sehe, aber da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also zwei Probleme sehe ich so ein bisschen am Himmel. Was meine ich mit Lore, was ist passiert? Naja, zum einen ist jetzt im Grunde genommen klar, was man mit Baby Yoda vorhatte. Grogu, wie du schon richtig gesagt hast. Man will ihn nämlich seiner Midichlorianer berauben. Die aber nicht Midichlorianer genannt werden, sondern einfach nur, genau, die einfach nur M-Count genannt werden und um da den Bogen gleich mal zur Folge 13 zu spannen, da habe ich das erste Mal in Folge 13 gejubelt, als nämlich Ahsoka sagt, it's an energy field that surrounds us. Ja, aber das ist ja 1 zu 1 Obi-Wan. Natürlich, genau, und damit sind Midichlorianer offiziell tot, ja, damit das war's, Midichlorianer sind durch, ja. Sie hätte ja auch sagen können, ja, der hatte ja einen großen Midichlorianer-Account und hätte wieder hier diesen Venus-Rasierer hoch rausholen können und dann den Test machen wie einst Qui-Gon, nee, hat sie nicht. Von daher, für mich sind Midichlorianer damit offiziell tot. Aber ist es für dich dann nicht noch so ein bisschen, wenn man es vergleicht, einerseits wollte George Lucas immer so das Technische reinbringen und andererseits war es von Anfang eher wie so eine Religion und dementsprechend sieht man es bei Ahsoka ganz krass. Also das Imperium benutzt es eher technisch und sagt, okay, wir haben hier einen physischen Grund, den wir benutzen wollen, um Snoke zu machen, so ungefähr. Ja, und die Ahsoka ist dann voll, geht weiterhin in ihrer Religion auf und sagt, nee, ja, die Sonne hat zwar Sonnenlicht, das besteht aus Photonen, aber es wärmt mich doch eher innerlich in dem Ganzen, so in der Art und Weise. Also mich interessiert nicht, woraus es gemacht ist, sondern wie es sich anfühlt. Das war so ein bisschen der Gegensatz dieser beiden Episoden. Ich finde es auch besser, wenn die Macht so beschrieben wird, weil das Mysterium dahinter, wir haben es schon oft genug in anderen Folgen gesagt, man kann ruhig Dinge mysteriös halten und man muss nicht immer alles durch erklären, um einerseits so ein bisschen die eigene Fantasie anzuregen und andererseits so ein bisschen, ja, man kann auch nicht alles aktuell unter Sonne und Mond hier erklären, was wir haben. Und ein gewisser Glauben macht doch auch Spaß, ohne dass man jetzt festgezucht ist auf, ich bin über 9000. Ja, ich meine, es ist ja so, dass natürlich auch in der Versucht wird, also Favreau und Filoni versuchen ja durchaus aus dem Unsinn, der ihnen da vorgesetzt wurde, nachträglich noch Sinn zu machen. Also man kann, wenn man ein bisschen böse will, Clone Wars und Rebels als einzigen und durchaus gelungenen Versuch sehen, als einzig großen Versuch sehen, aus den Prequels irgendwie noch ein bisschen Sinn zu machen. Der Filoni ist ja auch der Ziehsohn von George Lucas, ne? Ja, der aber dann ja teilweise doch eher sich davon entfernt. Also wenn er der astreine Ziehsohn wäre, dann würde er ja Midichlorianer abfeiern bis zum Verrecken, ja. Aber trotzdem bedient er sich natürlich der Ideen und erholt ja auch Charakter wie Thrawn, über den wir auch gleich noch sprechen, natürlich aus dem Lore wieder heraus, aus der ganzen Geschichte, wo sie eigentlich von Disney ja schon längst in die Legacy verbannt wurden. Und das ist auf der einen Seite schön zu sehen und auf der anderen Seite ja dann auch wieder traurig zu sehen, weil das, was hätte sein können und das, was davon ist, halt nur ein müder Abklatsch dessen ist, was eigentlich mal ursprünglich hätte sein können. Ja, okay. Aber sie haben ja gesagt, also das EU ist halt kein Lore mehr. Genau. Aber sie haben durchaus gesagt, dass das als Basis für spätere Elemente dienen kann, diese Versatzstücke, die wir ja jetzt auch sehen, um was Neues zu schaffen, quasi so ein paralleles Universum-Reboot. Was ich gar nicht so schlecht finde, um vielleicht mal, also ich kenne die meisten Expanded-Universe-Geschichten nicht, finde aber schön, wenn ein Reboot versucht, einen neuen Spin auf Sachen zu finden. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. So wie zum Beispiel die aktuelle Ducktail-Serie. Da klappt der Spin auf viele Elemente aus den 90er-Jahre-Serien. Klappt wunderbar. Und hier, sagen wir mal so, in Mandalorian klappt das ja auch ganz gut. Und in Clone Wars und sowas das teilweise mit reinzunehmen. Naja, wenn du weißt, worum es geht. Also ich habe ja im Freundeskreis durchaus ein paar Leute, die die Mandalorian gucken, ohne jetzt so tief im Lore drin zu sein. Und die waren dann in den letzten zwei Folgen doch ein bisschen, ich will nicht sagen verwirrt, aber die haben das halt so weggesnackt, weißt du? Da war ja gar nicht klar, worum es da geht. Nein, was ich damit einfach meine ist, das hatte ich, glaube ich, in unserem Review zu Solo, glaube ich, schon mal gesagt, als plötzlich Maul wieder um die Ecke kam. Es gab halt alles schon. Es gab, glaube ich, mit Grimson Dawn schon mal ein Verbrecher-Syndikat. Da brauche ich mir jetzt nicht noch ein neues aus dem Kreuz leiern. Dann war Grimson Dawn war das aus Solo und es gab aber schon vorher eins. Also es gab schon irgendwie alles und dann so halbgare Nummern irgendwie finde ich halt dann eigentlich immer schade, weil es hätte ja schon, es gibt ja schon was, womit man arbeiten hätte können. Das ist ungefähr so, wenn ich sage, ja, also weißt du, nur weil ich mir vom 911er den Motor nehme und vom Mercedes die Bremsen und vom Audi das Lenkrad und das zusammenklatsche, muss halt noch lange kein gescheites Auto rauskommen. Ja, das sind halt Teile, die aufeinander abgestimmt sind, ja. Und so kommt es mir halt eben vor. Ach, der Thrawn, der sieht cool aus, der hat eine blaue Haut, den nehmen wir mal. Ja, aber Kai Kartan, ah, den lassen wir weg und die Mara Jade, ah, die brauchen wir auch nicht. Und dann nehmen wir noch das und jetzt, wir biegen ja so langsam jetzt auf die Dark Trooper-Geschichte ein, das nehmen wir dann wieder, ja. Und also ich glaube ehrlich gesagt, das sind so Sachen, da würde ich mal gerne wissen, wer da die Hand drauf hat. Also wenn der, der Filoni bedient sich ja, wenn wir wirklich auf eine Dark Trooper-Geschichte rausgehen, dann ist das ja ganz, ganz tiefes Lore. Das ist eigentlich reines Games-Star-Wars-Lore, nämlich Jedi Knight und TIE Fighter, ja. Und danach sieht's aus. So, und deswegen bin ich nämlich gar nicht so der Meinung, dass das unbedingt eine Hinleitung zu Snoke ist, diese Klone. Weil in der Phase Zero der Dark Trooper-Geschichte waren da nämlich auch so Cyborgs drin gesteckt und vielleicht wollen sie ja das machen. Also ich würde nur nicht unbedingt sagen, dass da unbedingt das Richtung Snoke geht, auch wenn's natürlich so aussieht. Und es dazu passen würde, dass ja wie gesagt auch The Clone Wars eigentlich ein einziger Versuch ist, aus den Prequels noch irgendwo Sinn zu machen. Und von daher kann's ja auch von mir aus der Versuch sein, den Prequels, den Sequels da jetzt noch was hinzuzufügen, damit die im Nachhinein mehr Sinn machen. Was ich gar nicht so schlecht finde, denn, und dann bin ich in meinem Riesensatz zu Ende, auch die Prequels kann ich durchaus etwas besser gucken, wenn du so das ein oder andere Hintergrundwissen natürlich nachträglich drangeflanscht von The Clone Wars hast. Dann ist das so aus einem Guss, und ich sag ja gleich noch ein bisschen was zu Azucatanos Background-Geschichte, aber diese Dark Trooper, die man da jetzt ganz am Ende sieht, die sind halt wirklich tiefstes Game-Lore. Also da musst du schon die Jedi Knight Games gezockt haben und TIE Fighter gezockt haben, um überhaupt jemals von denen gehört zu haben. Wie gesagt, ich find das nicht schlimm, weil einerseits ist es so, dass du natürlich Fans bedienen kannst, wenn du's richtig machst, dass die diese Versatzstücke aus ihrer liebgewonnenen Historie dann wiederfinden. Andererseits muss ich auch immer mal wieder an die Aussage von George Lucas denken, die ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder hervorgebracht wurde, als dann so die Sequels kritisiert worden sind. Die Star Wars-Filme sind eigentlich nichts, oder Star Wars ist eigentlich größtenteils nichts, wie erwachsen, gemacht worden. Jetzt kommt das, das ist ja die größte Kappes-Aussage ever, ja. Also willst du das fast wirklich aufmachen? Ich hab eine Stunde Zeit. Willst du das wirklich aufmachen? Nur am Rande vielleicht. Mandalorian ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Produkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, ich schweife dann wieder zu viel ab, dann sind wir wieder in der Secret. Jetzt musst du schon das Zitat auch bringen, für die Leute, die es nicht kennen. Okay, eins zu eins, also die sind Kinderfilme. Star Wars ist für Kinder gemacht. Es sind keine Erwachsenenfilme, es sind nicht für irgendwelche Nerds gemacht, es sind Kinderfilme, die sich an die Jugend richten und die Spielzeug verkaufen sollen, mehr oder weniger. Ja, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber es sind Kinder. Er hat die für Kinder gemacht und er hat alle Star Wars-Filme eigentlich nicht für Erwachsene, sondern für Kinder gedreht. Und das sieht man auch immer wieder. Ich meine, passender hätte es ja auch der Verkauf an Disney nicht sein können, weil Disney ist ein Riesenkonzern, der größtenteils an Kinder vermarktet und Jugendliche und viele, die in den Nostalgiesphären schweben. Deshalb hat das eigentlich ganz gut zusammengepasst von der Kernaussage, die Lucas für sein Franchise immer getroffen hat. Es kann natürlich was anderes sein und er hatte natürlich in den 30 Jahren, die da stattgefunden hat, vielleicht nicht so viel Kontrolle über das EU und hatte deshalb auch nichts dagegen, wenn das jetzt verkauft wird und das dann für null und nichtig erklärt wird, weil dann vielleicht diejenigen, die jetzt wieder daran arbeiten, mehr Kontrolle darüber haben, was Disney ja letztendlich ganz, ganz viel macht. Die haben ja den Daumen auf allen und wollen alles kontrollieren. Es ist ja nicht so wie mit den EU-Büchern, dass da mal irgendwer Kompetentes hingesetzt wurde, weil er Spaß dran hat, sondern es ist ja alles irgendwie mit Geld im Hintergrund geschrieben worden. Ja, ich halte einfach dem dagegen, wer einen Kinderfilm macht, fängt nicht mit einem völlig over-the-top komplizierten Handelsdispute an, den kein Kind rafft. Deswegen halte ich diese Aussage einfach für nachträglich gerettet, um Jar Jar irgendwie zu rechtfertigen. Ich halte die für Bullshit. Also ich ganz ehrlich, ich halte diese Aussage für Bullshit, auch wenn er von ihm selber kommt, von George Lucas, ich halte die für Bullshit, weil, wie gesagt, dann fängst du nicht mit so einem Handelsdispute an, den einfach kein Mensch rafft, bis ich gecheckt habe, worum es in Episode 1 überhaupt geht, das rafft doch kein Mensch, ja. Also, nee, 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 dann mach das einfach. Aber letztendlich war das ja auch für den Plot überhaupt nicht wichtig. Naja, gut, es bringt die Handlung in Gang. Also ich meine, ja, deswegen ist Naboo, ist da diese Blockade und dann gibt es dann diesen Vizekönig, die alle wie Franzosen reden, warum überhaupt, ja. Und ja, das macht einfach, also das macht schon Sinn, aber das rafft kein Kind und da war der, bei den ersten drei Teilen, da gebe ich ihm recht, ja. Ja, da würde ich sagen, das ist wirklich eine einfache, simple Geschichte und der kann jedes Kind folgen, das ist wie im Märchen, gut gegen böse, das fängt ja auch so, sogar wie ein Märchen an, ne, so mehr oder weniger once upon a time, so ungefähr, ja. Und also von daher, da bin ich absolut bei den Prequels. Ja, seit der Sequels war er schon alt und hatte die komplette Kontrolle, ich meine, haben wir schon oft drüber geredet, die Originalfilme hat er in Kooperation gemacht und die Prequels hat er alleine gemacht, so ungefähr, in der Richtung, da hat ihn keiner aufgehalten, weil er einfach die Macht in dem Fall hatte. Aber ja, mein ursprünglicher, keine Ahnung, mein ursprünglicher Punkt war eigentlich nur, ich finde es nicht schlimm, weil Star Wars mittlerweile in der neuen Generation präsentiert worden ist, das hätte mit der J.J. Abrams Reihe funktionieren können bei Star Trek, hätte, wenn man es ordentlich gemacht hat. Und hier bei Star Wars funktioniert es in dem Fall, weil seitdem Disney es übernommen hat, bauten ihren Lore halt komplett neu auf. Dass der jetzt nicht hundertprozentig dem entspricht, was die Leute da geliebt haben aus dem EU ist völlig verständlich, aber vielleicht entstehen ja auch aus so alteren Sachen, Vielleicht kommt ja jemand, ein Charakter wie Mars Katana noch und wird in irgendeiner Art und Weise eingeführt, dass die Fans ihm vielleicht sogar, ja, nicht besser, aber dass die neue Generation die für sich entdecken kann, diese Charaktere. Also gut, wenn du das Fass aufgemacht hast, dann bleiben wir jetzt mal im Grunde genommen dabei. Eine Sache, die mich, von der ich Sorge habe, ich habe es in der ersten oder zweiten Folge hier von den Jedi-Nerds erwähnt, ich glaube in der ersten war es, dass ich nämlich gesagt habe, warum funktioniert The Mandalorian so gut, weil es nicht ums große Ganze geht. Warum habe ich kein Problem mit kleinen Geschichten und mit Hommage an Western etc. pp., weil einfach nicht immer das große Ganze und gleich das ganze Universum auf dem Spiel steht. Und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen in Gefahr, dadurch, dass man jetzt anfängt, hier Charakter reinzubringen, die schon wieder für größere Storys und größere Geschichten und viel wichtigere Menschen sind. Zum Beispiel eben jetzt Ahsoka Tano oder Bukatana letztes Mal oder halt jetzt dann mit Grand Admiral Thrawn, sodass wir jetzt im Grunde genommen... Aber es war ja nur ein Name-Drop. Ja, aber du wirst ihn auch zeigen, wenn du den Name-Dropst, musst du ihn zeigen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er Ende der zweiten Staffel mal kurz durchs Bild läuft. Übrigens nicht vergessen, wir haben immer noch Boba Fett, der wird auch nochmal irgendwann kommen. Also den kannst du jetzt ja nicht für eine Sekunde durchs Bild laufen lassen, um den nicht wieder zu bringen. Ich meine, das wäre ja auch mal eine geile Sache, was war jetzt eigentlich Boba Fett, der kommt nicht mehr. Aber das sind eigentlich so die... Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein bisschen Sorge, dass dieses kleine Feine so ein bisschen aufgebläht wird ins Große, um nachträglich die Sequels zu erklären. Das wäre ganz, ganz fatal. Das fände ich ganz grausam. Oder halt, um jetzt dann eben noch den einen oder anderen reinzunehmen. Nicht falsch verstehen. Ich finde es gut, wie sie es aktuell machen. Nicht falsch verstehen. Ich finde es gut, wie sie es machen. Aber wenn das dann plötzlich am Ende noch ein Crossover mit der Skywalker-Saga wird, dann wird mir der Mandalorianer einfach zu wichtig. Und das fände ich schade, weil ich hätte ganz gerne, dass er eigentlich ganz klein bleibt. Also von mir aus kann der Grogu dann abliefern und dann ist er mehr oder weniger dann auch zu Ende. Dann machst du halt nur drei Staffeln. Ja, ich meine, Rosario, wie hast du, Dawson? Ja. Ja, hat sich ja gerade beworben um eine eigene Asogatano-Serie. Also besseres Bewerbungsschreiben als das Ding gibt es ja gar nicht. Also, das ist meine Sorge. Teilst du die denn? Bedingt. Ich habe irgendwann letztes Mal, letztes Jahr gelesen oder in diesem Jahr gelesen, dass sie versuchen, ein wenig in die Richtung von Game of Thrones zu gehen, sodass die erste Staffel so ein bisschen das intime Intrigen gezeigt hat, während die zweiten und die folgenden Staffeln die Welt etwas aufbrechen und mehr von der Welt zeigen. Das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil wenn wir jetzt irgendwie drei oder vier Staffeln, sagen wir mal fünf Staffeln da durch sind, wie er nur kleine persönliche Abenteuer erlebt, dann ist am Ende vielleicht nicht die Zeit gerechtfertigt, die man da reinsetzt und es entspricht auch nicht dem modernen Gucken von Serien mehr. Wenn du jetzt nicht vielleicht im CSI-Universum oder so ein Zeug bist, wo du deine Standard Planet of the Week Fall der Woche, Mord der Woche in Folgen hast. Deshalb finde ich gut, wenn sie so eine Mischung machen, wo vielleicht mehr wieder, wie es damals zum Beispiel bei X-Files oder ähnlichen Serien aus den 90ern war, hatten wir auch schon besprochen, wo sie Standalone-Episoden haben, aber dann das Mysterium und das große Ganze weiter aufbauen. Und dass dann alles vielleicht in einem Riesenfinale endet, ist für mich auch okay. Was ich jetzt nicht okay fände, ist das Ganze jetzt wieder unnötig krass mit der Skywalker-Saga zu verbinden und solche Sachen, ich meine, man kann es gut machen und bisher machen sie es gut, aber ehrlich gesagt habe ich da auch absolut keinen Bock drauf, weil wir hier jetzt mal eine Geschichte von einem eigenen erzählen. Und wenn wir jetzt vielleicht in die Richtung kommen, das war eine Geschichte von Jedi-Erzählen, die überhaupt nicht mit den Skywalkern verbunden sind, sondern ihr eigenes Ding in irgendwelchen anderen Ecken des Universums machen, das finde ich gut, wenn man so die Welt eröffnet. Und meinetwegen kann es auch dann, hol mal kurz eine Side-Story zum Imperator, zu Snoke dabei, aber nur um zu zeigen, dass ja, wir haben es registriert, aber eigentlich hat eine ganz andere Sippe da in der Ecke des Universums ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Kämpfchen durchzuführen. Wenn es in diese Richtung geht und wir immer mal wieder so Snippets aus den anderen Bereichen bekommen, ist für mich völlig in Ordnung. Und ich glaube, dementsprechend ist das jetzt auch mit jemandem wie Ahsoka Tano oder Bo-Katan auch schon gemeint, dass man die Gelegenheit für ein Cameo hatte und die Gelegenheit, das ein bisschen ineinander zu verweben, um zu zeigen, wir haben eine große Galaxie, wo verschiedene Storys stattfinden. Aber dass das mehr als so kleiner Teaser für den Rest zu sehen ist, dass das eine Bewerbung für eine Ahsoka-Serie ist oder für irgendwie ein Spin-off zu Rebels, wo es dann wieder um Ezra und Thrawn geht, um die zu retten und sowas. Aber das zeigt das ja jetzt auch so ein bisschen, gerade wir springen jetzt vor, die zweite Folge des Ganzen. Er redet mit Ahsoka, er bietet Ahsoka an, Grogu auszubilden, aber am Ende kommt das nicht und beide gehen ihre eigenen Wege. Und dieser eigene Weg von ihm, zu diesem Jedi-Tempel hinzugehen, den wir alle noch nicht kennen, oder der, vielleicht wirst du mir gleich sagen, dass wir ihn kennen, kann nochmal eine ganz andere Geschichte eröffnen, ohne dass es jetzt zwangsläufig mit den Sequels zusammenhängen muss. Ja, mir fällt gerade, während du das ausgeführt hast, wo ich dir grundsätzlich auch beipflichte, habe ich einen Hoffnungsschimmer, nämlich denjenigen, dass wir ja noch weitere Serien in Planung haben. Doch die Obi-Wan-Serie, die ist ja, glaube ich, bestätigt. Gut, das wird nur eine Miniserie sein, aber ich glaube, sechs Folgen oder so. Dann gibt es ja immer noch, sage ich mal, die Boba Fett, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie jetzt die Ahsoka-Tano-Serie ist, da irgendwas announced, oder ist das nur jetzt ein Gerücht, oder hätten die Leute, die Leute hätten es nur gerne. Da gibt es noch keine Infos zu. Gut, aber es sind ja weitere Serien in der Planung, und dann würde ich mir einfach wünschen, dass man den Mandalorianer einfach, den Mandalorianer sein lässt. Er darf dann gerne mal so streifen, mal so, ja, mal kurz mal an der großen Story vorbeihuschen, aber bitte bleib in seinem kleinen Ding. Und dann kann man den großen Story-Arc gerne in der Obi-Wan, in der Boba Fett oder in der Ahsoka-Tano-Serie machen. Haken dran. Ja, das wäre für mich dann, ich sage ja nicht, dass ich das nicht sehen will, ich will es nur nicht bei Mando sehen. Ja, perfektes Beispiel im Hause Disney für eine Serie, die es gut gemacht hat, Agents of S.H.I.E.L.D. Hast du Agents of S.H.I.E.L.D. mal zu Ende gesehen? Nee, noch nicht zu Ende gesehen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, worauf du hinaus willst, ja. Aber vielleicht erklärst du es mal für die, die Agents of S.H.I.E.L.D. noch gar nicht gesehen haben, oder nur so ein bisschen. Okay, Agents of S.H.I.E.L.D. ist so ein bisschen damals aus der Zeit herausgekommen, als Avengers gelaufen ist, wo Colson gestorben ist und in der Serie wieder zurückgebracht. Damals hatte man diesen Hashtag, Damals hatte man noch Hashtags für alle in Marketing dabei, Everything is Connected und hat versucht, das irgendwie aufzuziehen. Das Problem war, dass die Marvel-Film- und TV-Abteilungen zwei unterschiedliche Dinger waren und die Probleme miteinander hatten. Hieß, dass man in Agents of S.H.I.E.L.D. erst war die Hoffnung, dass sie es groß verbinden mit den Filmen, dann hat man aber nur kleine Cameos gehabt und irgendwie in einer Staffel wurde mal ein großes Ereignis, was in diesem Jahr in den Filmen passiert ist, erwähnt. Das haben die Macher aber irgendwann sich zum Beispiel genommen und haben gesehen, okay, wir kriegen halt nicht für jede zweite Folge so ein Samuel L. Jackson mit rein und kriegen auch kein Captain America vorbei. Deshalb erzählen wir mal unser eigenes Ding. Heißt, im Hintergrund wurde immer mal wieder erwähnt. Da gibt es einen Winter Soldier, da gibt es einen, okay, Winter Soldier war ganz spät. Irgendwann wurde Thor erwähnt, aber das sind dann immer nur so Bonisse. Ereignis in New York, war immer nur das Ereignis, die Incident in New York. Ja, tie-ins zu den Filmen, um vielleicht ein paar mehr Zuschauer wieder dazu zu holen. Aber am Ende haben die ganz losgelöst und auf viel, auf ganz, ganz clevere Art und Weise ihre eigene Story erzählt, die durchaus auch für diesen Nebenstrang und für alles, was man aus den Comics kannte, zumindest habe ich das gelesen, weil ich die Comics auch nie lese, von enormer Bedeutung war, weil die auch, die haben es zum Beispiel geschafft, Ghost Rider mit in die Serie reinzubringen. Nachdem er in diversen Filmen mit Nick Cage gefailt war, haben sie ihn darüber ins MCU reingebracht und haben eine Ghost Rider-Geschichte in einer Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. erzählt, die grandios war. Man hat eine Ghost Rider-Spin-off-Serie geplant, die aber nachdem jetzt Marvel Television ganz in Marvel Films aufgegangen ist, gecancelt wurde. Aber die Serie hatte in sieben Staffeln die Chance und auch durch den TV-Sender gestützt, ihr eigenes Ding zu erzählen und hat sich auch am Ende durch sowas wie parallele Universen, Zeitreisen und so stark davon entfernt, dass sie ihr eigenes geiles Ding hinbekommen haben. Und ich muss sagen, die letzten Staffeln waren der Hammer und ich kann allen empfehlen, die vielleicht am Anfang abgeschreckt waren von Agents of S.H.I.E.L.D. dem nochmal eine Chance zu geben. Denn spätestens ab Staffel 3 und 4 und wenn die ihr eigenes Ding machen, merkt man, da sind Leute hinter, die können es und die wollen gute Geschichten erzählen und die haben jetzt nicht mehr die Handbremse von den Filmen da an sich dran. Und wenn, lange Rede, kurzer Sinn, wenn der Mando einen ähnlichen Ansatz findet und sagt, okay, wir haben immer mal wieder Berührungspunkte mit den Filmen, wie du es eben schon gesagt hast, aber erzählen ganz unser eigenes Ding, wie hier im Chat und wie du es schon gesagt hast und wie ich es eben ausgeführt habe, dann könnte es was Geiles werden. Also Agents of S.H.I.E.L.D. im Hause Disney das gleiche Beispiel. Ja, wie gesagt, ich sage ja nur, ich sehe die Gefahr. Ich sage nicht, dass es hier schon da ist. Gefahr ist da. Aber wir haben einen John Favreau, der vielleicht Bock hat, das mit den Filmen zu verbinden. Aber dann haben wir einen Dave Filoni, der, glaube ich, jetzt schon genug bewiesen hat gegenüber seinen Fans, dass er was Eigenes aufziehen kann. Ja, und der auch im Grunde genommen wieder die Fans hinter dem Franchise vereinen kann. Also ich habe wirklich noch nirgendwo was Negatives von einem Star-Wars-Fan über den Mandalorian gehört. Also klar, mal hier und da so Kleinigkeiten. Aber ich habe vorhin irgendwo auf Twitter habe ich geschrieben, was Star Trek bräuchte, ist ein Mandalorian. Und irgendwas, wo man sich hintervereinigen kann. Lower Decks ist einfach zu nischig mit seinem Zeichentrick. Das wird schwierig, aber vielleicht Strange New Worlds. Vielleicht. Ja, vielleicht. Übrigens, zu dem, was ich gerade erzählt habe. Folge 12, Regisseur, geschrieben von Jon Favreau. Und Folge 13 von Dave Filoni. Also Filmverbindung, eigenes Ding. Ja, gib dem Mann einfach mal einen Film. Man fragt sich wirklich, warum man sich da J.J. Abrams geholt hat. Aber gut, man glaubte halt, dass das an der Kasse einfach das bessere Ding ist. Gut, also Folge 12, wie gesagt, die Dark Trooper, ich habe es vorhin angesprochen, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Die Dark Trooper haben wir zum ersten Mal gesehen. Im inzwischen nicht mehr indizierten, Ego-Shooter Star Wars Dark Forces, der aus dem Jahr, boah, den habe ich als Kind, habe ich den gezockt. Das Ding müsste so aus den 90ern sein, 94, 95 oder so irgendwas. War so eins meiner ersten PC-Spiele. Und von da aus entwickelt sich das weiter. Und die Hauptfigur, die man da in Dark Forces und dann auch später in Dark Forces 2 und dann auch in Jedi Knight spielt, ist eine Figur Kyle Katarn. Und Kyle Katarn habe ich gleich noch auf einer Liste, nämlich an Jedis, die noch leben. Also diese Dark Trooper, das sind dann eben, wie gesagt, gibt es drei Phasen oder vier Phasen, wenn man die Prototypen-Phase auch noch mitzählt. Und ja, das sind halt so die Überstorm Trooper. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, bei dem ich ein bisschen Angst habe, dass es jetzt so langsam etwas überhand nimmt. Das kann natürlich auch sein, weil das jetzt einfach zwei Folgen hintereinander waren. Also dafür, dass die Stormtrooper die Elite-Einheit des Imperators sind, angeblich, und auch Angst und Schrecken in der Galaxie verbreiten, sind die halt komplett harmlos. Oder andersrum gesagt, unser Held ist halt absolut unsterblich. Also die Art und Weise, wie Stormtrooper jetzt nichts mehr treffen, also die haben wir noch nie was getroffen, aber wie es halt jetzt so massiv, auch halt durch Folge 11 und 12, so direkt hintereinander, da habe ich doch so ein bisschen mein Problem mit, ganz ehrlich. Es ist zu leicht. Also ich habe nie, auch in Folge 13 nicht, ich muss zu keinem Zeitpunkt Angst um den Jaron haben, weil er ist einfach unsterblich, Punkt. Ich muss zu keinem Zeitpunkt Angst um ihn haben. Und auch seine Kollegen nicht, weder Cara Dune noch Grief und auch Ahsoka sowieso nicht. Also das geht mir alles einen Ticken zu leicht, um echt zu sein. Ja, aber dafür ist es, es ist ja kein Game of Thrones, es ist letztendlich noch Star Wars. Und wo haben wir dann in Star Wars, außer vielleicht so ein symbolische Tode, große Tode drin gehabt in dem Fall. Also wenn, ich glaube, wir können nur in sowas wie Finalen Angst um unsere Charaktere haben in dieser Serie. Dafür ist die nicht aufgebaut, dass plötzlich mal irgendwer sterben kann. Wie in einer Folge, wo war das jetzt? Ich spoiler nicht, aber ich bin gerade in der vierten Staffel Americans, wo die mich plötzlich mit einem Tod überrascht haben, wo ich gedacht habe, wow, das kam aber überraschend. Und das brauchen wir, glaube ich, von The Mandalorian nicht erwarten, weil die auch nicht, ich weiß nicht, ob Disney Plus es zulassen würde, aber das ist, glaube ich, nicht vermarktbar in der Zielgruppe, die die Serie ansprechen will. Ja, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Dann habe ich mir nämlich gedacht, würde mein elf, zwölf, dreizehnjähriges Ich darauf anspringen, dass das so ist? Nein. Mein zehn, elf, zwölf, dreizehnjähriges Ich würde das abfeiern und dem würde, glaube ich, gut, vielleicht sind die zehn, elf, zwölfjährigen einfach ein bisschen abgewichster, als wir das damals waren, keine Ahnung, aber ich glaube, dem würde halt eben nicht auffallen, dass die Stormtrooper nichts treffen. Ich glaube, dass in deinem kindlichen Gemüt fällt dir das nicht so auf. Also ich musste schon verdammt viele 60er Jahre Kriegsfilme gesehen haben, um irgendwann mitzukriegen, dass die Deutschen halt auch mal als die Doven dargestellt werden. Und richtig gedämmert ist es mir ehrlich gesagt, dann erst bei Indiana Jones Last Crusade oder so. Aber selbst da wird es ab und zu mal ein bisschen gefährlich. Also wie gesagt, in der Häufung einfach, aber es trifft ja nicht nur auf den Mandalorian zu, es sind ja seine Kollegen auch. Also wenn halt Cara Dune und Grieve in diesem Transporter fahren, dann sind die halt auch die dümmsten TIE-FY-Piloten ever und die blödesten Biker-Scouts ever. Und ja, okay, das ist ein Trope, wenn es halt einmal im Film ist. Ich meine, erinnere dich an Episode 9, der Gang auf der Kampf in dem Sternzerstörer drin. Da fallen die Trooper ja auch nur so wie die fliegen. Ja, allein wenn sie noch nicht mehr angegriffen werden, hauen die sich ja schon selber kaputt beim Rausfahren aus dem Hangar. Genau, und dann wird allenfalls, ich glaube, nicht Poe Dameron kriegt einen Streifschuss ab oder so und that's it. Also mehr ist dann halt nicht. Und der Mandalorian hat er jetzt mit der Beskar-Rüstung, ist der halt mehr oder weniger unsterblich. Also das nimmt mir so ein bisschen die Spannung. Ja, wie gesagt, bei Kids wahrscheinlich nicht, aber mir als Erwachsenen nimmt es einen Ticken die Spannung. Da würde ich vielleicht mir ein bisschen wünschen, dass die nicht ganz so unsterblich sind. Das hat mir dann auch, wenn ich an Folge 13 irgendwas zu bekritteln habe, dann das. Das ist halt einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie spannend war, ob die jetzt dann überleben oder ob die das schaffen oder nicht. Das wäre wirklich, sagt man, einziger Kritikpunkt. Ja, jetzt sind wir schon bei der Folge 13. Also von daher bin ich mal gespannt, wie du den ersten Live-Auftritt von Ahsoka Tano beurteilst und ob du denn wusstest, wer Ahsoka Tano ist, über einen kurzen Glimpse in einen Wikipedia-Artikel hinaus. Mir ist ja auch, wenn ich sie vielleicht nicht komplett immer gesehen habe oder wenn ich sie auch selten gesehen habe, geht es mir als begeisterten Nerd-Leser ja nichts, entgeht mir ja wenig von den Hauptcharakteren, die da in anderen Serien drin sind. Ich schaue ja immer mal wieder Wikipedia oder irgendwelche Reviews durch oder sei es irgendwelche tollen Erklärungsvideos, die einem einen Hintergrund zu den Charakteren sagen. Deshalb war mir Ahsoka jetzt kein Unbekannter und ich habe sie zumindest bildlich immer vor Augen gehabt, auch wenn ich jetzt erst nur im Rahmen des Manna-Laurin mir ein bisschen mehr von ihr durchgelesen habe und allein aus den Gerüchten der letzten Monate, dass es Rosario Dawson sein wird, die Ahsoka darstellen wird, die ich in den Marvel-Netflix-Sachen geliebt habe, war ich schon gespannt und fand es eine würdige Umsetzung von dem, wie ich es jetzt bewerten kann. Ja, wirklich perfekt getroffen, man kann es gar nicht anders sagen. Für alle die, die sich fragen, wer ist Ahsoka Tano, ich gebe mal einen ganz kurzen Abriss, weil selbst die kürzesten YouTube-Videos sind mal locker eine Viertelstunde lang. Also Ahsoka Tano ist die Schülerin oder es gehört zur Spezies der Tokruta, musste ich auch erst nachschlagen, wusste ich nicht, und ist bekannt geworden als Schülerin von Anakin Skywalker, Ahsoka, so, zur Zeit der Klonkriege. Sie wurde entdeckt von Meister Plokon und kam dann mit 14 Jahren in den Jedi-Orden und hat sich da, ich sag mal, nie so ganz eingelebt. Man könnte fast sagen, es war ein bisschen Edmichaela der Jedis, die also immer so ein bisschen angeeckt ist. Ich will nicht zu viel spoilern von den Clone Wars, sie verlässt dann irgendwann den Jedi-Orden, weil sie enttäuscht ist von den Jedis. Übrigens dann eine Sache, die dann eine direkte Verbindung zur Episode 3 hat und der Grund, warum Anakin dem, sag ich mal so leicht von Palpatine eingefangen werden kann, weil er nämlich in the Clone Wars im Zusammenhang mit dem Verlassen von Ahsoka und dem Jedi-Orden das Vertrauen in den Rat verliert. Also das ist genau das, was ich am Anfang sagte, wo man so nachträglich versucht, gewisse Handlungen irgendwie so ein bisschen sinnvoll zu machen und wenn du diesen Handlungsstrang kennst, dann ist die Verführung von Anakin durch den Imperator gar nicht so schnell und hoppladihopp passiert, sondern da gibt es halt dann eine Backstory. Also von daher macht es durchaus Sinn. Sie kommt dann wieder in der letzten Staffel von den Clone Wars und erlebt dann dort die Order 66 direkt aus nächster Nähe mit und kann sich allerdings befreien und geht dann, ich sag mal, ja so ein bisschen ins Exil. Und wenn sie dann aus dem Exil wiederkommt, baut sie und dann springen wir jetzt zu Star Wars Rebels eine Widerstandszelle auf, nämlich dann eben geführt von Ezra und hat da eben dann auch eine entscheidende Rolle in den Rebels. Und da gibt es dann eben einen Spoiler für Rebels, da gibt es dann am Ende eben auch eine Querverbindung mit Admiral Thrawn und wir wissen jetzt mit dem Rebels ist ja beendet, da gibt es ja keine Fortsetzung mehr nach vier Staffeln, wenn ich mich recht entsinne, wissen wir eben nicht, was ist mit Ezra, was ist mit Thrawn und Thrawn, das noch kurz, ist ein Großadmiral und ja, strategisches Meistergenie, der in den jetzt Legends-Romanen von Timothy Zahn eigentlich mit der Thrawn-Triologie, wie die nach Return of the Jedi spielt eigentlich so der neue Bösewicht ist, der die versprengten Überbleibsel des Imperiums einsammelt und dann für die neue Republik doch wirklich nochmal zur echten Bedrohung wird. Das hat man hier jetzt alles so ein bisschen geändert, aber ich sag mal, wahrscheinlich nimmt man das so ein bisschen raus und das bringt natürlich dann auch wieder, wenn sie das jetzt so machen, sprich Thrawn ist wieder da und wir sind nach Return of the Jedi, das heißt wir könnten so in Richtung Thrawn-Trilogie gehen, dann bringt das natürlich auf einmal Charakter wieder, von denen wir vorher jetzt eigentlich nicht mehr dachten, dass wir sie vor allem nicht in Mandalorianer sehen, ich sag nur mal Mara Jade und halt eben auch Luke Leia und der ganze Rest der Mischbruche. Ja, aber das ist genau, ich meine, letztendlich hätten wir ja theoretisch 30 Jahre an Erzählungen, die wir dazwischen packen können. Jetzt, wie viele Jahre waren vergangen? Neun Jahre oder sowas? sechs, sieben. Sechs Jahre, bleiben wir noch 24 Jahre, wie wir erzählen können, wie überhaupt die Reste vom Imperium verschütt gehen oder was man damit, ich meine, das ist ja auch schon eine eigene Sache und dementsprechend ist es wahrscheinlich auch zu früh gefasst, irgendwie Baby Yoda dann doch mit Snoke verbinden zu wollen. Genau, das ist nämlich der Punkt. Genau, das ist nämlich der Punkt und ich könnte mir auch vorstellen, dass man so in Richtung Front-Trilogie geht und man macht halt dann, man lässt halt einen Pirate-Character weg, also ich könnte mir vorstellen, dass eine Mara Jade einfach nicht mehr reinpasst, aber das, was Mara Jade macht, könnte man ja dann Ahsoka machen lassen. Ja, also da gibt es genug Punkte. Ganz kurz, jetzt musst du meine Erinnerungen auffrischen, ich habe es mir irgendwann mal durchgelesen, Mara Jade, war die jetzt die Tochter von Luke und Leia, von Luke und irgendwem anders oder war das, ist die mit Luke angebandelt? Wie war das? Ja, die hat mit Luke angebandelt. Sie war meines Wissens eine Schülerin von Darth Vader irgendwie sowas und wurde angesetzt, Luke zu töten. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, wie die ganze Geschichte ging. Sie hat dann einen Sohn mit Luke, wenn ich mich recht entsinne, den Ben Skywalker. irgendwie sowas. Und ich bin mir gerade nicht sicher, die ist wirklich, also in Büchern gibt es eine Menge zu Mara Jade, in Spielen ab und zu und Filmserie und so weiter noch nie. Ja, also von daher ist das ein Charakter, wo man sagen kann, das wäre, ich sage mal so, für jemanden, der sich auskennt, kommt er nicht aus nichts. Für den 0815-Fan, der würde sagen, aber das hätte er jetzt auch bei Bo-Katan oder bei Ahsoka halt auch gemacht. Aber jetzt mal eine interessante Frage. Gut, Thrawn ist irgendwo da draußen, äh, Bo-Katan und Ahsoka waren auf der Suche nach Thrawn, beziehungsweise nach Ezra, der mit ihm, äh, verschwunden ist. Glaubst du, dass Thrawn der Boss im Hintergrund von Moff Gideon ist? Ja. Ja, er wäre auch rangmäßig höher. Ja. Okay. Also vielleicht jetzt nicht der direkte Boss, aber derjenige, der ganz im Hintergrund die Feen zieht. Also, doch, Punkt. Also ich glaube, Gideon ist am Ende des Tages nur ein Tarkin. Ja. Okay. Ist Gideon trotzdem der Oberbösewicht für einen Mando und Thrawn in einer anderen Serie dann der Oberbösewicht? Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr oder weniger so ist. Also, dass wir, ich glaube schon, dass wir den Thrawn mal sehen, weil sonst hätte sie ihn jetzt nicht erwähnt. Das hätte sie auch sparen können. Ja. Ich glaube schon, dass das kommt, wenn nicht in der Staffel, dann in der nächsten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Cliffhanger von dieser Staffel ist. Wir müssen mal gucken. Ich meine, es ist ja die Frage, was für Versatzstücke sie aus dem Ganzen halt eben rausnehmen. Also wenn man zum Beispiel sich diese Thrawn-Triologie mal nochmal ins Gedächtnis ruft, da gibt es ein, naja, ich sag mal so ein kleines Plot-Device. Das ist eine Lebensform, die heißen, ja genau, die heißen ganz komisch so die Usilliamarani oder irgendwie so. Das ist so eine Art kleine Katzenaffenart, sowas in der Art. Und diese Viecher sind unempfindlich gegen die Macht. Und wer so ein Viech praktisch mehr oder weniger als sein Haustier um sich rum hat, dem kann die Macht halt nichts anhaben. Also in keiner Art und Weise. Weder Mindtrick noch irgendwie durch die Gegend schmeißen oder sonst irgendwas. Und der Thrawn hat es zum Beispiel in einem Handlungsstrang darauf abgelegt, ganz viele von diesen Viechern einzusammeln. Um eben die letzten Jedi da noch zu finden und gegen Luke halt auch eine Chance zu haben und Mara Jade und so weiter und so weiter. Ich verkürze das jetzt extremst, aber so lief die ganze Geschichte halt in dieser ehemaligen Thrawn-Triologie ab. Gab es noch ein paar andere Geschichten, da gibt es noch mal einen alten Jedi und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das wäre halt im Grunde genommen so eine Geschichte, wo man reingehen könnte, wenn sie mit Thrawn irgendwas machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur sagen, nö, komm, wir machen da jetzt ein bisschen Name-Dropping. Da ist halt der Boss vom Moff Gideon. Der braut aber sein eigenes Süppchen, so wie alle Imperial Warlords im Grunde genommen das in dieser Zeit machen. Und wir heben uns den dann auf für eine Obi-Wan-Serie. Der ist ja schon tot. Also es muss ja dann im Prinzip für eine Ahsoka-Serie sein. Ahsoka ist halt auch irgendwann dann 30 Jahre später dann tot, weil ihre Stimme, ja, also in dem Fall von der Synchronsprecherin, die Ahsoka in den Rebel, in den animierten Serien spricht, weil die halt auch einen Satz sagt in dem Moment, als Rey dann gegen den Imperator kämpft. Da holt sie ja die Power of all Jedis und da hat halt eben auch Ahsoka einen Satz. Also ist sie zu dem Zeitpunkt schon tot? Warum, wieso, weshalb, weiß keiner, aber dem ist halt eben so. Aber ich meine, da sind noch 30 Jahre hin und von daher muss man mal gucken. Es ist natürlich auf jeden Fall jemand sagen kann, der jetzt nur Clone Wars und Rebels am Rande mitbekommen hat und sich ein bisschen Wikipedia durchgelesen hat. Also ich fände es spannend, mehr von Ahsoka zu sehen. Wahrscheinlich auch als, ich meine, letztendlich diese Serie spielt in einem Universum, wo die Hauptprotagonisten bisher die Jedi waren. Jetzt haben wir eine Folge, die heißt sogar die Jedi, wo man sich drüber streiten kann, ob damit Ahsoka genannt wurde oder einfach der Pfad zu den richtigen Jedi, weil sie ja offiziell kein Jedi mehr ist, aber das wissen ja nicht die Zuschauer in dem Sinn. Fände ich spannend, sie nochmal wieder zu sehen, weil einerseits sieht es verdammt cool aus mit den zwei Laserschwertern, auch mit weißen Laserschwertern. Das ist wahnsinnig, der ganze Stil, diese Mischung aus Western und Shogun. Westworld hat Shogun und World versucht, aber Mando kriegt es hin, so ungefähr. Guter Vergleich, hast du recht, ja, guter Vergleich. Letztendlich die ersten Star Wars Filme hatten ja auch viel aus diesen Welten sich genommen und deshalb passt das jetzt stilistisch und visuell passt das wie die Faust aufs Auge und macht richtig Spaß dazu zuzuschauen. Das ist ein Charakter, der ist für den neuen Zuschauer einfach ultra cool, auch wenn irgendwie die Tentakeln da teilweise mit ihren Knicken etwas plastikmäßig aussehen, muss ich sagen. Aber das war ein Riesenspaß und ich würde jetzt als Mando-Gucker, der wenig mit Star Wars sonst am Hut hat, sondern nur die Filme geguckt hat, würde ich gerne mehr davon wissen und sie hat uns ja auch viele Infos da reingeworfen. Da ist so viel in diesen zwei Folgen und vor allem in der Folge drin, die das Universum von Star Wars so unglaublich bereichert haben. Und wo jetzt eigentlich wo du dir Spekulationen ins Kraut schießen kannst ohne Ende, zum Beispiel haben wir jetzt ja eben die Sache, dass ja dann der Baby Yoda, also jetzt GroKu, von dem wir jetzt wissen, dass er ja dann schon mal auf Coruscant trainiert wurde, Klammer auf, hat er vielleicht der Yoda mit der Yaddle mal ein bisschen geschnachselt, ja. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Das heißt, er hat schon ein Training hinter sich, hat es einfach nur ein bisschen vergessen und jetzt wird er nach Titan gebracht zu deiner Beruhigung, ein Planet, den man absolut nicht kennen muss, der war, der muss ich auch selber nachschlagen, der kommt in zwei, drei enzyklopädischen Büchern mal vor, also der ist mehr oder weniger brandneu erfunden. Aber was ja viel spannender ist, ist das, was sie sagt. Das heißt, Ahsoka sagt, er setzt ihn da auf den einen Stein und dann wählt er schon seinen Pfad der Macht und dann wird vielleicht ein Jedi auf ihn aufmerksam und kommt, um ihn dann zu auszubilden und dann habe ich mal im Kopf mal so eine Liste gemacht und habe mir mal so ein paar Jedis zusammengeklaubt, die es halt geben könnte. Also, wer lebt denn zu dem Zeitpunkt noch? Ich zähle jetzt mal alle auf und dann können wir uns überlegen, was realistisch wäre, was man auch filmtechnisch machen kann. Also, Leben tut auf jeden Fall natürlich nur Luke, logisch. Leia kriegt gerade ihre Ausbildung oder hat die vielleicht abgeschlossen. Dann hätten wir, wenn sie eh schon alte Legends-Charakter rausholen, hätte man halt eben noch Mara Jade. Da sie sich gerne aus Videospielen bedienen, könnte man Kai Katan machen, ja, aus den Dark Forces und Jedi Knight-Geschichten. Man könnte aber auch den Kestis, hau mich tot, wie er heißt, aus Jedi Fallen Order, aus dem neuen Spiel machen, ja, oder hier den Jedi aus Rebels, zum Beispiel. Kannst du dir natürlich auch einen komplett neuen einfallen lassen, ja. Und, wer auch immer wieder genannt wird, und das wäre natürlich ein Knaller, und es würde ehrlich gesagt zu den Spitzbuben Filoni und Favreau passen. Und ich sag mal so, wenn man Darth Maul wiederholen kann, dann kannst du auch Mace Windu wiederholen. Und jetzt leck mich doch mal in Detach, wie geil wäre bitteschön das, wenn Samuel L. Jackson auf einmal dasteht. Ja, aber wie hätte er überlebt? Darth Maul hat auch, ist in zwei Hälften geteilt worden und hat überlebt. Stimmt, er ist ja nur aus dem Fenster gefallen. Er ist nur aus dem Fenster gefallen und hat nur ein bisschen geblitztingst worden und hat nur eine Hand verloren, ja. Also wenn Darth Maul im Grunde genommen einmal durch in der Mitte durch schneiden, überleben kann, dann kannst du auch Mace Windu wiederbringen. Ja, und ich meine, wie heißt du so schön in den ganzen Sequels No One's Ever Really Gone? Äh, jetzt muss ich aber eine Sache gucken. Deshalb muss ich mal eben schauen, ob er, äh, 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 so. Okay. Samuel L. Jackson wurde schon rekrutiert für eine Disney Plus Serie als Nick Fury. Mhm. Wird er in zwei Disney Plus Serien wieder auftreten? Ja, zwei zum Preis von einem. Würde Sam Jackson davon überzeugt werden, in zwei Serien aufzutreten, wo er in Serien bisher nur sowas wie Gastauftritte wie in Agents of S.H.I.E.L.D. gemacht hat? Naja, er macht halt auch nur einen Gastauftritt. Also ich meine, ich rede nicht davon, dass Mace Windu jetzt ein Hauptcharakter wird. jeder Charakter hat hier mehr oder weniger Gastauftritt. Wir werden auch Cara Dune in dieser Staffel wahrscheinlich nicht mehr sehen und Grief auch nicht mehr sehen. Das sind halt alles seine Spätzels, die er so unterwegs trifft und natürlich kannst du dann auch Mace Windu für eine Folge wiederholen. Why not? Okay. Ja, alles klar, verstehe. Ja, ich, ich glaube, Sam Jackson hat immer mal wieder gesagt, dass er auch Bock drauf hat, nochmal einen Jedi zu spielen, oder? Ja. Also ich meine, das wäre schon ein bisschen Wortverkauf. Klar, wie der Andi im Chat richtig schreibt, es kann auch irgendein neuer, also ich meine, in jedem Star Wars Spiel gibt es immer einen gerade erfundenen Jedi, der die Order 66 überlebt hat, der dann den, den Charakter vom Spieler halt trainiert, ne? Also kannst du natürlich auch einen aus dem Hut zaubern, logischerweise, aber die zaubern nix aus dem Hut. Die überlegen sich ziemlich genau was. Die zaubern nix aus dem Hut. Mara Jade, ah, das glaube ich, ist zu weit hergeholt irgendwie, weil die hat, die ist wirklich Legends, also die ist definitiv nur Legends. Die hat keine Verbindung whatsoever, die wird auch nirgendwo mehr erwähnt. Aber vielleicht ist es die Chance, sie dadurch einzuführen. Sagen wir mal, wir nehmen irgendeinen Bekannten. Ja, aber ich dachte, dass ich die ganz kurz unterbrechen darf, also ich glaube nicht, dass du, du hast jetzt schon eine weibliche Jedi, du brauchst ja nicht noch eine, die das gleiche in grün ist, in Anführungszeichen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht, wenn, also Mace Windu wäre geil und würde eigentlich total zu einem Mindfuck passen, damit alle drüber sprechen. Damit wirklich alle drüber sprechen. Das ist so ein bisschen wie Baby Yoda haben alle drüber gesprochen und dann muss man jetzt noch irgendwen aus dem Hut zaubern, wo nochmal alle drüber sprechen, wo man vielleicht noch die Leute dazu bekommt, die die Sequels gar nicht schlecht fanden oder Sam Jackson Fans sind. Aber darüber, wie man einfach einen Gast auftritt, was? Mark Hamill. Glaube ich nicht. Zu alt dafür. Digital De-Aging. Ach, come on, ist doch egal. Ja, ich, also ich fände, in dem Fall fände ich, glaube ich, ein Recasting gar nicht mal schlimm, wenn sie es konsequent machen würden. Ähm, egal. Äh, aber ein Mindfuck wäre in der Tat das Beste, was sie machen könnten und darüber könnten sie neue Charaktere einführen, weil wenn er überlebt hat und vielleicht jemanden trainiert, wie eine Mara Jade, ähm, die ähnlich wie, ich meine, wir wissen ja noch nicht, wir müssten ja eigentlich nochmal über den Elefanten im Raum sprechen, über Grogu, über den, über den Yoda im Raum. Wir haben jetzt, ähm, einmal The Child, wie es, wie er genannt wurde, offiziell, dann haben wir Baby Yoda, wie er von Fans genannt wurde und dann haben wir Grogu, den richtigen Namen. Erstmal, Name, okay, kann man machen. Ja, ja, ich bin gespannt, was sich durchsetzt, also ich bleib bei Baby Yoda, das ist jetzt so in meinem, meinem Wortsinn da, ihr könnt ja mal im Chat schreiben, was ihr weiterhin sagt, ich bleib bei Baby Yoda. Ja, aber, ähm, letztendlich, wir kriegen, und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir jetzt zu diesem Punkt einen Teil der Hintergrundstory von Baby Yoda schon bekommen. Ich meine, das war ja nicht nur ein Teil, das war ja so unglaublich viel für Leute, die sich so ein bisschen in dem Universum auskennen, dass er, also natürlich ist er 50 Jahre alt, aber scheinbar war er schon als ausgebildetes Jedi-Kind viel, viel weiter als in dem Stadium, wo er jetzt ist, wo er schon eine richtige Ausbildung im Jedi-Tempel genossen hat, wo man ihn aber auch eher im Geheimen ausgebildet hat. Wieso hat man ihn im Geheimen ausgebildet? Vielleicht ist er das verbotene Kind von Yaddle und Yoda, na, wer weiß es, aber vielleicht hat er auch noch mal eine besondere Bedeutung, gerade wegen seinem vielleicht M-Count, den er drin hat. Und dann wird das Spannende jetzt zu sein, warum er mehr oder weniger sein Gedächtnis verloren hat und warum er seine Kräfte nicht einsetzt, weil ich impliziere jetzt einfach mal, dass er sein Gedächtnis verloren hat, so wie er sich als Kind gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das eine intelligente Spezies wie die Yodas auch nach 50 Jahren nur ein Biep-Biep-Biep von sich geben kann. Naja, Moment, also okay, das habe ich jetzt ganz anders verstanden. Also erstmal, wo nimmst du her, dass das heimlich war? Das muss mir entgangen sein, aber ich sage nicht, dass du nicht recht hast. Also es ist mir dann entgangen. Und dann ist das für mich aber trotzdem noch ein Baby, weil der Yoda ist 800 Jahre alt, der ist jetzt 50 Jahre alt. Ich meine, du de Merv, dann ist der ja gerade mal zwei, drei Jahre alt, wenn du es in menschlichen Zeitaltern machst. Also das heißt, der lasst es vier oder fünf sein. Das heißt, der hat halt im Grunde genommen so eine Grundausbildung gemacht und kann halt da so ein bisschen ein bisschen Delikinese und so weiter. Und jetzt hat er ein traumatisches Erlebnis hinter sich, welches auch immer. Und deswegen ist es das halt, jetzt hat sie ja, hat ja Ahsoka gesagt, er hat viel Angst in sich. So, und deswegen sind diese Dinge halt verschütt gegangen. Aber für mich ist der, also das war für mich nie ein, nicht mal ein Teenager, das ist für mich immer noch ein Kleinkind in seiner Welt, die halt, in seiner Spezies, die halt extrem langsam wächst. Und deswegen auch so alt wird. Also für mich ist das eigentlich ein Kleinkind. Also ich interpretiere raus, daraus, was die in der Episode gesagt haben, dass er schon lange Jahre im Jedi-Tempel trainiert worden ist. Dafür muss man ja ein gewisses, vielleicht kann man ihn nicht gleichzeitig mit den anderen Kindern da reinstecken, weil wenn die 20 sind, ist er immer noch anderthalb so ungefähr. Deshalb kann man, aber letztendlich muss er ja ausgebildet worden sein, was man an seinen Kräften sieht. Und ich habe es rein interpretiert, dass er sowas wie einen Gedächtnisverlust hat. Und Gedächtnisverlust kann ja auch dazu führen, dass man in der Entwicklung stark zurückgesetzt wird. In den Chat wird gerade fleißig diskutiert. Zum einen schreibt der Andi, dass die Rasse von Yoda ja so smart nicht sein kann, wenn sie nach 900 Jahren immer noch keine Grammatik kriegen. Und der Lord Stummelchen schreibt die nächste Überlegung. Vielleicht war er ja auch schon im Tempel, als Anakin Jünglinge abgeschlachtet hat. Das Kind ist ja im Grunde auch ein Jüngling. Wie hat er das überlebt? Hat man ihn da weggebracht? Ja, um ehrlich zu sein, dachte ich auch erst an das, aber dann wäre er halt 20 gewesen. Also das wäre dann halt im Prinzip 30 Jahre her. Nein, nicht ganz. So 15 Jahre her ist die Zeit gerade nicht im Kopf. Aber gut, klar, also vor 50 Jahren, das passt schon. Also der könnte schon da im Grunde genommen da drin gewesen sein. Und dann hat er halt ein Trauma weg. Ja, genau. Deshalb, also ich fände es uncharakteristisch, wenn Baby Yoda einfach mal irgendwann anfangen würde zu sprechen. Aber andererseits kann ich es mir schwer vorstellen. Also ich interpretiere das rein, dass durch das Trauma, was er erlitten hat, jetzt in der Entwicklung so zurück erscheint, wie er jetzt ist. Dass er durchaus weiter sein könnte. Weil auch wenn man sich logisch mal darüber nachdenkt, wie soll eine Spezies überleben, die erst mal 100 Jahre braucht, um erwachsen zu werden und sprechen zu lernen. In dem Sinne dürfen wir vielleicht nicht logisch über Star Wars nachdenken. Aber ich meine, in 50 Jahren muss er ja, gerade auch wenn die Abschlachtung Order 66, wann war die? 30 Jahre ist die ungefähr her. Irgendwie sowas in den Dreh, ja. Ja, wenn die schon 30 Jahre her ist, dann muss ja auch dann irgendeine Entwicklung stattgefunden haben. Aber genau, es wird, ich meine, wir haben jetzt erfahren, er war schon damals dabei, er muss Yoda in irgendeiner Art und Weise gekannt haben, wurde vielleicht von Yoda auch sogar ausgebildet, hat was traumatisches Erlebnis erlebt, wo er für mich jetzt so zurückgeblieben ist, aber viel weiter sein kann. Ich meine, die Ahsoka, die fühlt das ja auch mehr von ihm durch eine Gedankenübertragung, so ein bisschen wie ein vulkanischer Mind-Meld, würde ich fast so sagen. Schöner Vergleich, ja. Ja, sie fühlt, dass ja da eine Blockade hinter sein muss, was man ja auch an dem Knopf und dem Stein sieht. Ja, ja. Das ist übrigens schön, dass das Kind so ein Fable für runde Kugeln hat, ja. Aber auch da wieder nichts in dieser Serie ist einfach dem Zufall überlassen. Die wissen von Anfang bis Ende, wie die Nummer läuft. Die Faszination für diese Kugel wurde uns schon in der zweiten, dritten Folge der ersten Staffel mal gezeigt. Ja, es zieht sich durch und jetzt wird es auf einmal gebraucht, weil es Sinn macht, an dieser Stelle herrlich mit anzusehen. Also im Grunde genommen ein, dass man da also wirklich von, die wissen jetzt schon, wie die Nummer ausgeht und wo sie hinwollen. Ich hoffe, sie kann es schon lange genug sagen. Ja, vielleicht wissen sie, wo sie hinwollen und müssen das dazwischen schreiben. Aber zumindest haben sie Checklisten, die sie abhaken wollen, wo sie organisch hinkommen. Genau, wo Dinge einfach schon eingeführt wurden, auf die man dann wieder zurückkommt, ja. Und dann natürlich auch noch so kleine Running-Gags, wie in Folge 12 dann zum Beispiel, dass halt jetzt die X-Wing-Piloten einfach immer die beiden gleichen sind, hier Dave Filoli und der eine asiatische Opa da, ja. Das ist doch schön. Im Grunde so ab und zu kommen die mal dann so durch, durchs Bild gewackelt, ja. Das finde ich einfach ganz herrlich. Und es macht einfach Spaß, das Ganze mit anzusehen. Und das macht vor allem Spaß, dass da jemand dran ist, der versteht, worum es geht. Verstehst du? Das ist die Essenz. Und wir haben jetzt 13 Folgen kein einziges Lichtschwert gehabt und trotzdem atmet das Star Wars von vorne bis hinten. Klar, ein bisschen mehr, wenn da Stormtrooper rumlaufen, aber nicht mal das brauchst du in jeder Folge, ja. Nicht mal das. Also ich kann wie immer... Und sie haben den Grundsatz Familie drin. Weil letztendlich sind die beiden ja jetzt nichts als, er ist mehr oder weniger sein Ziehvater und weil er auch ein Weise ist, bilden die sowas wie eine Patchwork-Familie jetzt aktuell. Und das ist ja auch Star Wars. Ja, und man hat sich ja im Grunde genommen, ich weiß nicht, wie ging's dir? Also hast du geglaubt, dass wirklich Ahsoka das Kind dann jetzt mitnimmt? Ich meine, oder andersrum gefragt, kann man sich den Mandalorianer eigentlich ohne... Kroge überhaupt noch vorstellen? Ganz ehrlich, die zwei gehören doch zusammen, ja. Also was hast du denn da? Ist mein Darlis, Mann. I got it for luck. Und die können doch gar nicht mehr getrennt werden. Ich will die auch gar nicht mehr alleine sehen. Nein. Die führen das ja schon die ganze Zeit dahin. Dadurch, dass er jetzt irgendwelche Sachen über seine Gilde erfährt, die er gar nicht gewusst hat und dementsprechend vielleicht irgendwann mal in Staffel 3 sogar seinen Helm regelmäßig absetzen kann und sich quasi von den Mandos löst, wie er die Mandalorianer kennt, wie Baby Yoda sich an ihn bindet und die sich quasi gegenseitig helfen. Er hilft ihm bei der Ausbildung und seine Familie in dem Sinne zu finden und dabei werden die zu einer Familie. Ja. Im Chat steht natürlich ganz richtig, vielleicht brauchen die jetzt noch einen Jedi, der sich ihnen anschließt. Weil, ich meine ganz ehrlich, das Kind könnte sich ja auch gegen die Macht entscheiden. Aber jetzt hast du so damit angefangen, das wäre jetzt schon ein bisschen blöd, wenn sie jetzt, jetzt will ich es auch sehen. Also wenn das Kind jetzt sagt, oh nö, dann fände ich das irgendwie doof, aber dann bräuchten sie jetzt noch einen Jedi im Schlepptau und dann habe ich so ein bisschen das, also ich hatte in den ersten Folgen ja noch gedacht, okay, Kara und Grief, das wären jetzt so seine Gang und wir sehen, das ist jetzt das Dreier zu dritt, das Trio. Und dann sehen wir jetzt mehr oder weniger jede Folge. Ah, Pustenkuchen, der bleibt alleine. Ist okay, bleibt in dem Western-Show, Ob des einsamen Fremden, der sozusagen sein Mault hier immer dabei hat, in dem Fall halt eben das Kind. Da kann aber einfach, das passt nicht, wenn da jetzt noch jemand dabei wäre. Das passt einfach nicht. Ja, für so Zwischenepisoden vielleicht, wo sie dann als Gang wieder rumlaufen, wo sie sich dann treffen. Ja, Zwischenepisoden, da bin ich bei dir. Aber, ja, vielleicht drehen sie es irgendwie so, dass er halt eine Menge YouTube-Videos von How to be a Jedi sich anguckt und dann probiert er es halt eben selber. Ein weiterer Jedi würde allerdings auch für mich nicht zur Truppe passen. Das wäre ein Jedi zu viel. Ich meine, wir reden von einer Zeit, wo die Jedi quasi fast ausgestorben sind. Er findet vielleicht irgendwen, der ihn auf den richtigen Weg zur Ausbildung bringt und dann sagt, wie auch viele sagen, dass die Jedi vielleicht einfach nicht den richtigen Weg hatten, so wie die in ihren Grenzen festhingen. Und dementsprechend soll er seinen eigenen Weg finden und diesen Weg kann er dann zusammen mit Mando haben. Da haben wir dann ein, zwei Episoden mit Mace Windu und Mara Jade, wo die trainiert werden. Und dann gehen sie alle wieder ihren eigenen Weg. Aber ich glaube, das wird zur Zusammenstellung der Truppe gar nicht passen, jetzt noch einen Jedi da mit reinzubringen. Absolut. Im Chat wird gerade gefragt, denkt ihr wirklich, dass die von Beginn an so geplant hatten, dass Baby Yoda so einen unglaublichen Hype bekommt? Da gab es nach der ersten Staffel kaum Merch zu Weihnachten, untypisch für Disney. Ja, das stimmt. Also ich, also, dass die Story mit Baby Yoda so läuft, wie sie jetzt läuft, das war bestimmt geplant. Dass das Ding so durch die Decke startet, das, glaube ich, hat man nicht kommen sehen. Und deswegen waren die auch Merch-technisch, die waren auch allgemein, was den Mandalorian angeht, Merch-technisch nicht gut aufgestellt. Das ist grundsätzlich nicht wirklich ungewöhnlich, ja. Aber man muss auch dazu sagen, Es ist nicht ungewöhnlich, es ist ein Experiment gewesen. Ja, das, ja gut, aber dafür bist du eigentlich, man muss aber auch dazu sagen, dass das Merch von Star Wars sich einfach in letzter Zeit überhaupt nicht gut verkauft hat. Also die, 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 die Kennerzeiten aus den 80ern, Ende der 80ern, wo sich der Kram wie geschnitten Brot verkauft hat, übrigens schon zu Return of the Jedi-Zeiten ging schon ziemlich zurück, ähm, die sind eigentlich vorbei. Und, äh, wenn ich mir das so ins Gedächtnis rufe, als Kind, wenn ich da in einem Spielzeugladen war, ähm, da gab's ja eine ganze Wand nur mit Star Wars-Kram, ja. Also das, was heute noch mit Lego da ist und mit Playmobil da ist, war halt damals nur mit Star Wars und dann war vielleicht noch die halbe Wand mit He-Man oder so. Aber diese Star Wars-Wende, die hab ich das letzte Mal gesehen zu Episode 2 und schon zu Episode 3 war schon deutlich weniger. Das stimmt aber nicht. Doch, das war deutlich weniger. Und zu den Prequels war fast gar nichts mehr da. Zu den Sequels. Geh mal in, äh, alles, wo nur ansatzweise Disney, äh, ist. Ich mein, wir waren in den letzten paar Jahren ein-, zweimal im Disneyland, da haben die alles vollgeplappt. Ja, stopp, 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 stopp. Ich red von einem, von einem Real. Ich red von einem Spielzeugladen. Ja, aber, nee, vielleicht im Real nicht, aber so ein Toys R Us hat immer noch seine Star Wars-Wand. Ja, okay, aber das war halt allumfassend. Also, geh heute in einen stinknormalen, äh, in einen stinknormalen, ähm, Spielzeugladen, Fedes oder sonst irgendwas, da ist kaum noch Star Wars. Ja, aber da ist mehr Paw Patrol als Star Wars. Ja, ist so, ja. Und nach nicht über Paw Patrol, du wirst sie auch noch kaufen. Ja, dafür, äh, dafür sind auch grad die Filme nicht da. Deshalb, die Kinderläden leben ja davon, dass es ständig gefüttert wird. Zu Episode 1, 2 und 3 Zeiten war es genauso. Und jetzt, als wir die, äh, von, zumindest als Force Awakens angefangen hat, hatte man auch wieder die Läden voll. Ja, aber es hat sie nicht verkauft, der Scheiß. Punkt. Ja. Hat sie nicht verkauft. Das Zeug ist so ratzefatze auf, also, ich hab ja mein Real hier als Gradmesser. Das Star Wars-Zeug, das liegt, das lag drin und keine drei Wochen später war es schon eben oft in der Grabbelkiste und ein halbes Jahr später ist die Figuren für zwei Euro in der Eck geschmissen gekriegt. Also, die, ich sag ja nicht, dass sie sich nicht verkaufe, aber die Zeiten sind einfach schlicht und ergreifend vorbei. Lego Star Wars, das läuft wie bescheuert. Ja, das läuft wie bescheuert. Aber die Actionfiguren sind nicht, und man könnte jetzt so eine ganze Folge machen, wie Playmobil jetzt so nach 15 Jahren dann auch mal erkannt hat, dass man mit Lizenzprodukten ja Geld machen kann. Ah, ja, kennst du Bries, ja. Na ja, gut. Also, von daher, wir schweifen ein bisschen ab. Aber ein Aspekt, der hier im Chat noch geschrieben wird von Markus, auf der anderen Seite sind seit Rebels auch Zeitreisen möglich. Wer weiß, was die da noch rausholen. Ja, und das ist ehrlich gesagt so vielleicht dann der dritte Punkt, an den ich jetzt so gar nicht mehr gedacht habe. Aber ganz ehrlich, bei Rebels, das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich habe in irgendeinem Star Trek Podcast mal, oder vielleicht war es auch ein Star Wars Podcast mal, gesagt, Gott sei Dank gibt es sowas wie Zeitreisen in Star Wars nicht, weil das hält das Universum so ein bisschen bodenständiger. Klar, Macht ist jetzt auch nicht wirklich realistisch. Und da weißt du, was ich meine? Ich habe mit diesem Nimmerland ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Problem. Aber mit wem sage ich das? Du weißt gar nicht, worum es geht. Oder hast du den Punkt in Rebels gesehen? Also gut, Kurzfassung, es gibt seit Rebels so eine Art Nimmerland, so eine Welt zwischen den Welten, wo man rein kann. Die sieht aus wie irgendwie aus in Bruchtal. Da sind jede Menge Portale und man kann halt von einem Portal ins andere springen und kommt in verschiedene Zeiten und verschiedenen Orten raus. Okay. Okay. Ist, ja, passt meiner Meinung nach gar nicht rein. Aber es war halt ein Plot-Device, weil man sich so bei Rebels ein bisschen in eine Sackgasse geschrieben hatte und nicht mehr rauskam. Und dann brauchte man da so dieses Kai aus der Drehbuchkiste, um dann mal zack, mal eben Ahsoka vor Darth Vader zu retten. Ja, ich habe da mit meinem Problem. Von mir aus kann es ehrlich gesagt da bleiben, wo es war, nämlich in zwei Folgen und fertig. Aber ja, es ist etabliert oder es ist von Filoni etabliert. Also es gibt jetzt einen Zwischenraum, über den man zeitreisentechnisch auch springen könnte. Ja. Ja, aber Star Wars ist ja auch mehr Fantasy als sowas wie Star Trek. Ja, ja, schon klar. Aber es hat sich einfach, wohingegen Zeitreisen bei Star Trek ein festes Element sind, also, ja. Ja gut, im klassischen Sci-Fi definitiv ein festes Element. Aber im Fantasy-Universum durch Magie und Zauberei, was ja letztendlich eigentlich die Macht in dem Sinne war, waren solche Sachen wenigstens über sowas wie Visionen oder ... Ja, ja, genau, richtig. Ja, genau, sowas hast du immer über Visionen abgehandelt oder Träume oder irgendwie so ein Kram. Aber gut, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht, weil das ist halt, die Zeitreise ist halt so das Billigste. Wenn dir nichts mehr einfällt, nimmst du Sektion 31 und eine Zeitreise. Na gut, meine Liste ist leer gequatscht. Wir haben auch wieder mal anderthalb Stunden rum. In dem Stream sind wir ein bisschen länger unterwegs, als wenn wir so podcasten. Aber es macht ja Spaß und ich freue mich auch immer über den Chat, der da, was hat, im Holiday-Special von Lego wurde es wieder aufgegriffen. Ist das das, was aktuell auf Disney Plus ist? Ich habe es noch nicht geguckt. Vielleicht machen wir aber mal eine Folge zum Holiday-Special, zum ominösen Hol. Kennst du das eigentlich, das Holiday-Special, das Original-Holiday-Special? Ja, das Erste, ja. Das Erste, hast du es schon gesehen? Ja. Ja, okay. Ich habe es letztens mal wieder auf YouTube mal wieder angefangen. Da wird ja echt eine halbe Stunde lang überhaupt nichts gesprochen. Das ist wie bei Kubrick. Er wird eine halbe Stunde lang erst mal nur gegrunzt. Also wie bei 2001, ja. Naja. Aber das Holiday-Special soll ganz gut sein. Ich habe das neue Holiday-Special soll ganz gut sein. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich gucke das Lego-Star-Wars-Gedöns, da habe ich auch noch nicht so reingeschaut. Und da muss ich nur mal gucken, wie das ist. Irgendwer hatte mir noch geschrieben damals, ich weiß nicht mehr, ob es Jan oder Tam war, dass denen die Base aus der ersten von den beiden Folgen sah so ein bisschen wie die Rebels Base in Rogue One aus. Ja, die war so ein bisschen wie die imperiale Forschungsstation in Rogue One. So ein bisschen. Ja. Genau. Ja, aber es war ein anderer Planet, war definitiv ein anderer Planet. Genau, es war ein anderer Planet. Ja. Und ich meine, da haben sie ja dann auch drinnen so den kleinen Gag gemacht, wo dann dieser blaue Typ dann da meint, haben die hier kein Geländer. Ja. Okay, also ich meine, klar, das sind so diese selbstreferentiellen Dinge. Dann hast du noch den kleinen Dings, den kleinen Seitenhieb, was heißt Seitenhieb, das kleine Easter Egg gehabt, dass der eine Stormtrooper dann aus der Tür rauskommt und dann ruft, there they are, blast them. Das ist auch ein 1 zu 1 Zitat aus A New Hope. Also von daher, das ist schon die Bits and Pieces, die da reingeschmissen werden, die sind schon ganz nice. Und ich gucke das auch immer wieder gerne an. Aber wie gesagt, so langsam sind die mir einfach einen Ticken zu unsterblich. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt relativ schnell mal auf Gegner treffen, die einfach dann auch mal ein Match sind. Weil 0815 Stormtrooper oder irgendein Gangster, ein Outlaw ist es halt nicht. Ist auch okay, ist auch in Ordnung, aber ja. Ja, ich finde, wir bräuchten einen konstanteren und stärkeren Gegenspieler als Moff Gideon. Das vermisse ich so ein bisschen da. Den Bösewicht, der immer wieder auftaucht, aber nicht der Hauptbösewicht ist. Also den man vielleicht jede zweite, dritte Episode auch mal wirklich physisch da hat und den die vielleicht verfolgt in der Richtung und den guten Gegenspieler bildet, den man auch schön charakterisieren kann, der vielleicht dann irgendwelche eigenen psychischen Probleme hat, dass man ihn mal trifft in einer Bottle-Episode und mehr mit ihm zu tun hat. Moff Gideon schwebt gerade über allem drüber, aber ansonsten treffen wir eigentlich immer wieder auf den Gegner der Woche, aber haben keinen Lore. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber das wäre halt so ein, ja, im Grunde genommen fehlt He-Man sein Skeletor so ungefähr. Ein Anti-Mando. Ja, genau, ja. Aber ist das noch zeitgemäß? Also willst du praktisch irgendwie so einen Skeletor haben, der Woche für Woche nur verliert, um dann nächste Woche wiederzukommen und wiederzuverlieren? Nein, der muss ja nicht verlieren. Er muss den Helden das Leben sehr, sehr schwer machen und er muss selber eine gewisse Präsenz in der Serie gegenüber den Helden haben. Heißt, dass wir einen charakterisierten, dass wir einen personifizierten Bösewicht haben, mit dem wir auch mitfühlen können. Ja, ich weiß, was war das? Also im Grunde genommen, wo wir schon Gus Fring haben, dass wir halt auch eben Gus Fring so oft sehen wie in Breaking Bad. Also wo du eine Storyline um Walter White hast und so weiter, aber vielleicht nicht ganz so viel Screentime, aber so ein Viertel einer Folge auch permanent eigentlich du siehst, was Gus Fring und Los Bollos Hermanos und so weiter machen. Vielleicht noch mehr wie so ein Mike, wie so ein Mike Ehrenshaut. Oder ein Mike Ehrenshaut, genau, ja, okay. Ja, gut, in dem Fall bin ich im Grunde genommen bei dir. Der Chat schreibt, was macht eigentlich Max Riebo. Ja, der macht mit Max Rabe jetzt Musik. Ganz, ganz böser Karlauer. Naja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, das ging natürlich in der Folge 13 jetzt ein bisschen unter. Unser Mando hat ja einen Peilsender an seinem Schiff. Das heißt, wenn er jetzt zum Jedi-Tempel fliegt, hat das Imperium Schlepptau. Ja. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Von daher denke ich mal, dass bevor da, ich glaube, es wird so sein, er pflanzt das Kind da oben drauf. Das wird dann die Hand ausstrecken und irgendwie so ein bisschen Macht munkeln. Und dann denkt man, jetzt kommt ein Jedi und dann kommt der Moff Gideon. Und dann kämpfen die irgendwie und dann sieht es ganz schlecht aus für den Mando. Und dann kommt ein Jedi und rettet die. Und das ist dann ein de-ageder Luke Skywalker. So, mark my words. Ich bin bei der Geschichte bei dir, bloß, dass die Moff Gideon selber besiegen, mithilfe ihrer bisher zusammengeführten Freunde, die vielleicht dann zur Rettung kommen. Und als Cliffhanger taucht dann Jedi auf, der das Signal gehört hat. Oh ja, das Signal. Ja, genau. Also irgendwie sowas in der Art wird es wahrscheinlich sein. Trotzdem glaube ich, dass die letzte Einstellung, und wenn es eine Post-Credit-Szene ist, wird Admiral Thrawn gehören. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. In dem Fall spielen sie es sehr klassisch. Gut, ja, Mensch, über anderthalb Stunden sind rum. Habe ich wieder eine Menge zu schneiden hier für den Podcast. Deswegen vielen Dank an alle, die heute hier im Chat waren. Das hat wieder riesig Spaß gemacht mit euch. Nächste Woche geht es an gleicher Stelle wieder weiter mit unserer Besprechung von Star Trek Michael Burnham. Und dann sprechen wir da über die Folgen sieben und acht, glaube ich. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam werden. Ja, da werde ich dann auch noch ein bisschen was mal darüber erzählen, wie das so bei uns auf der Facebook-Seite abgegangen ist. Ihr könnt natürlich auch gerne schon mal draufschauen. Das war auch sehr lustig am letzten Wochenende. Ich hatte sehr großen Spaß bei der ganzen Geschichte. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unseren Discord-Channel kommt, nerdizismus.de slash Discord. Da könnt ihr jetzt noch weiter diskutieren. Ihr dürft uns natürlich auch eine WhatsApp- oder Sprachnachricht schicken an die 015259647709. Theoretisch hätten wir auch eine Telegram-Gruppe bzw. ein Telegram-Chapter. Da findet ihr unseren Neurizismus. Uns natürlich auf Twitter, Facebook, Instagram. Das Ganze. Und lasst doch mal ein Abo für diesen Channel da und drückt die Glocke, damit ihr auch immer schön eine Benachrichtigung bekommt. Und ja, Michael, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an den Chat da draußen. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, nächste Woche geht es wieder. Ah, wir sind noch vorher noch mal online. Hach, habe ich ganz vergessen. Also du nicht, Michael. Ich bin am Sonntagmorgen online. Und zwar, wenn wir einen Frühschoppen machen, unseren Zombie-Frühschoppen mit dem Andreas und wir über die zweite Staffelhälfte von The Walking Dead World Beyond reden. Und in dem Fall fällt es mir noch mal ein, wir sind ja am Donnerstag schon wieder online, wenn wir ein Nerdquiz haben. Aber ich habe es völlig vergessen. Ist das Donnerstag? Diesen Donnerstag? Ja, es ist diesen Donnerstag, ja. Wenn du keine Zeit hast, mache ich es alleine. Nein, wir sprechen mal später. Ja, also am Donnerstag sind wir um 20.30 Uhr auf twitch.tv slash German Comic Con. Da werden wir ein Nerdquiz spielen. Dann Sonntagmorgen 11 Uhr YouTube The Walking Dead World Beyond. Zweite Staffelhälfte, Montag 21 Uhr geht es weiter mit den Track Nerds und Star Trek Burnham. So, in diesem Sinne, das war es jetzt wirklich. Lasst uns ein Abo da, schreibt uns eine schöne Bewertung auf iTunes, schreibt uns eine E-Mail an info.netzismus.de und auf keinen Fall den Discord-Channel vergessen. Und ja, in diesem Sinne, Leute, macht das Jörg da draußen. Es war mir ein Fest, es war uns ein Fest, eine Freude. Bis dann. Ciao. 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 Eine Produktion des Podcast Imperiums.